Applaus Heutzutage ist es ja üblich, dass Gitarristen ein Paddleboard benutzen, um Live-Loops auf der Bühne zu spielen. Gut, das muss ich jetzt vielleicht etwas genauer erklären. Mit diesem Paddleboard kann man live etwas aufnehmen und sofort wieder abspielen, während man etwas anderes drüber spielt. Das kann man natürlich beliebige Male hintereinander wiederholen und so sein eigenes Ein-Mann-Orchester live einspielen. Ich wollte das heute Abend mal auf der Geige ausprobieren. Das ist ein bisschen eine Premiere, mal schauen, ob es funktioniert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020